Herzlich Willkommen zu unserem Kurzfilm Elma von Jasmin, Jasmina und Polina. Hahaha, wie siehst du denn aus? Bunden Elefanten gibt's doch gar nicht. Ihr seid so gemein. Sie sind so gemein. Oh, eine graue Fitze. Sie werden so aussehen wie die anderen. Hui. Ich seh so schön aus. Hallo Elefant, hast du schon Elma gesehen? Ähm, Elma? Oh nein, Regen. Fliege auf. Elma. Hahaha, das kannst du ja nur du sehen. Und einfach freundlich sein. Danke für eure Aufmerksamkeit.